Willkommen im Zirkus des Lebens. Sehen Sie heute Charities Abenteuer. Die Geschichte einer Frau und ihrer Sehnsucht nach Liebe. Die Geschichte einer Frau und ihrer Sehnsucht nach Liebe. Die Geschichte einer Frau und ihrer Sehnsucht nach Liebe. Die Geschichte einer Frau und ihrer Sehnsucht nach Liebe. Die Geschichte einer Frau und ihrer Sehnsucht nach Liebe. Die Geschichte einer Frau und ihrer Sehnsucht nach Liebe. Was war das? Wir sind stecken geblieben. Drücken Sie auf den Knopf, es wird gleich weitergehen. Drücken Sie auf den Knopf, es wird gleich weitergehen. Drücken Sie auf den Knopf, es wird gleich weitergehen. Drücken Sie auf den Knopf, es wird gleich weitergehen. Drücken Sie auf den Knopf, es wird gleich weitergehen. Drücken Sie auf den Knopf, es wird gleich weitergehen. Sweet Charity, please be long to me. Sweet Charity. Jemand liebt mich. Jemand liebt mich! She's a cross, but she's a heart. She's a marionette. She's built in a dour-dour-for-castrack, and the modern just-for-tent. She's a man from places, the uber-winkled by crumb-lacing class. Since the past walks of Peter's and Paul, who's next question when we're on the floor. Somebody loves me. At last!